Musik Seit zehn Jahren ist das Neuheitenschaufenster ein elementarer Bestandteil für die IPM in Essen und viele, viele Pflanzen, die hier ausgestellt wurden, haben ihren Weg in den Markt gefunden und sind sehr populär geworden dort. Musik Wenn man sieht, was hier jedes Jahr auch an wirklich überzeugenden Neuheiten präsentiert wird, dann kann man ein Stück weit mitfühlen, wie viel Herzblut auch drinsteckt in diesen Züchtungsarbeiten. Denn bis so eine Pflanze hier erscheint, sind häufig zehn, 15 Jahre vergangen, um sie dann wirklich den Verbraucher zu präsentieren, damit sie dann Spaß auf der Terrasse oder auf dem Balkon damit haben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020